so hallo und herzlich willkommen zurück zu der tutorial reihe bei der ich begriff erkläre part nummer zwei hier in diesem anfangs bild habe ich noch mal ganz kurz mein account eingeblendet bei dem ich zeige dass ich quasi den höchsten rang habt den mystischen rom damit mir leute auch glauben dass ich auch ahnung hat von dem was ich erzähle habe ich erst ein paar leider vergessen deswegen wollte ich noch mal nach und ja haben wir direkt mit dem nächsten begriffen an so da haben wir zuerst super minions das sind stärkere soldaten die für einen kämpfen wenn man eine gesamte lanes von tower befreit das heißt sobald eine lane keine der drei tauren mehr hat kommen zumindest diesen stärker und besiegen in der regel die normalen mindestens die gegner dann noch haben dann gibt es die riesen minions das sind die stärksten soldaten die erscheinen können und erscheinen nachdem man den lord getötet hat auf allen drei wegen flug nur einmal das heißt sobald der lord kommt kommen auch diese riesen wenn jetzt diesen stärker als super minions besiegen also jeder art von minions und können unglaublich schnell tower zerstören sind auch sehr schwer zu besiegen ist relativ schwer kommt die rolle an die man gerade spielt dieser erscheinen für genau eine welle beziehungsweise mit der welle die der lord hat mit sich bringt danach kommen wir die super minions so dann kommt jetzt schon ein bisschen was fortgeschrittener ist nämlich das 1 1 3 und das ist eine formation mit der drei charakter auf eine lane gehen meistens die bottlen um den gegnerischen jungle unter kontrolle zu haben das heißt sagen wir mal eine eure teammates jetzt in den chat schreibt 1 3 meistens und assassine da bedeutet das dass ihr mit zwei weiteren eurer leute beziehungsweise du mit zwei leiten der leuten kann dass du auf die mitteln gehst je nachdem quasi auf die bottlen gehst und diesen assassin der es angesagt hat quasi allein auf eine lane gehen lässt muss man nicht unbedingt verstehen was zu bedeuten hat aber nur wichtig wenn das einer ansagt dass man auch weiß was dann quasi zu bedeuten hat damit man weiß dass man mit seinen leuten verstärkt auf die bottlen geht so dann gibt es da das mana das ist der blaue balken unter der lebensanzeige nicht alle hätten haben diesen manchmal noch gar keine und wird mir nicht um fähigkeiten einzusetzen wie man verbraucht wird ist unterschiedlich hängt von helden und fähigkeiten ab wenn man kein maler mehr hat dann kann man seine fähigkeit nicht mehr einsetzen mal da kann man durch lange monster töten regenerieren durch bestimmte items regenerieren und indem man zurück in die base geht regenerieren und ja ohne mana ist man halt relativ aufgeschmissen so dann gibt es da die energie die ist ähnlich wie mana die ist allerdings gelb und ohne energie können bestimmte fähigkeiten nicht genutzt werden einige könnte trotzdem energie lässt sich unterschiedliche bedingungen erfüllen zum beispiel bei leslie ist es so wenn sie schießt bekommt sie energie zurück energie kann nicht durch items wieder aufgeführt werden durch space gehen aber schon so dann lokal bezogen auf die beste liste wenn man wissen möchte wie man in der besten liste steht bei leuten die auf den selben server gespeichert sind wie man selbst das heißt wenn du mal wissen willst wie du grad zu winray technisch stehst oder wie gut du mit den helden gerade spielst gehst du auf die besten liste lokal und dann bist du da bestimmt mit dem helden ganz sicher irgendwo aufgerissen wenn nicht bist du heute nicht dabei und dass man das server nicht so geredet je nachdem wann du angefangen hast zu spielen bist du dann mit den gast bei anderen auf einem server gespeichert und was mit der halbzeitlichen nur so als vorstellung wie das genau mit lokal berechnet wird so dann gibt es auch noch global bezogen auf die besten liste da sieht man dann direkt alles wenn man sehen möchte zwischen ein spiel allgemein steht dort werden die rängen auch einzeln angezeigt wenn man bereits genug gespielt hat ich persönlich bin da allerdings auch nicht dabei wäre auch zu schön auch wenn ich müßlich bin und so dann gibt es die mmr das ist der punktestand der sich für die besten liste aus sieg und medaillen aus 15 ranglistenspielen errechnet das bedeutet man spielt 15 ranglistenspiele und aus dem wird dann berechnet wie viele punkte man für die besten liste bekommt je nachdem wie viel man gewonnen hat und wie man in diesen matches abgeschnitten hat ob man jetzt gold silber bronze mvp war 15 spiele wann wird draufgerechnet und dann entweder abgerechnet oder runtergerechnet je nachdem hier habe ich noch mal kurz die liste eingeblendet von den ruby top lokalspielern ich bin dort gerade auf platz 3 zu sehen wird man ungefähr was darunter vorstellen kann einfach mal auf die der board zu gehen so dann kommen wir zum bisschen was einfachen dann gibt es da den doppel kill kann man sich natürlich denken aber ist der anfänger tutorial auch kurz double wenn man zwei spiele auf einmal tötet beziehungsweise kurzen teileinander dann gibt es ein dreifach kill den trippel wenn man drei spieler auf einmal beziehungsweise kurzen an der tötet dann den vierfach kill der wird im spiel als main deck bezeichnet wenn man vier spiele hintereinander oder kurz aufeinander tötet und dann gibt es dann noch den fünffach kill beziehungsweise panther für spieler die aus doll kommen oder noch ältere spieler sind weil es hieß nicht also der neuer begriff ist er wird aber das war eben nicht immer so ist vorher panther das ist wenn man fünf spieler auf einmal tötet und das bringt meistens reaktionen zum ausrasten wenn man es schafft fünf auf einmal töten weil sie das ganze gegnerische team zerlegt so dann gibt es da das stilen auf deutsch klauen wenn man jemand ein junger mann zwischen den buff wegnimmt oder eine kill macht der nicht für ein bestimmt war erkläre ich ganz kurz wenn jemand zum beispiel gerade schon den buff angefangen hat und ihr lauft dahin der bach ist was legt und haut einfach zuletzt drauf damit der andere diesen bach nicht bekommt da wird das team bezeichnet und ist negativ also das nicht machen da wird man öfter für geflame und dasselbe mit den kills einmal wenn jemand gerade dabei ist den savage zu machen also er hat schon viele kills das main deck wurde eingeblendet ihr lauft hin und klaut ihm den letzten kill dass er den panther nicht bekommt dann ist das halt auch alles dealen und ist auch nicht so gut normalerweise ist kiss quasi für das team festmachen immer eine gute sache aber wenn jemand schon die mannigkeit und jetzt auch mal kurz und peter steht dann macht man das nicht da lässt man den kill den letzten machen ansonsten wird man von allen seiten zu geflamed da da wird man im chat komplett voll geschrieben auch von den gegnern weil es immer eine sehr gute leistung ist für einmal zu töten so der letzte begriffe heute farmen bedeutet dass man viele menschen jange manche tötet um gold und xp zu erhalten das ist wichtig um zu gewinnen das heißt immer schön viele million wellen halt mit nehmen und immer schön viele jange monster töten damit man mehr gold und ep erhält und dann gibt es das overfarmt bzw über farmen wenn man einen vortrag gegenüber dem gegner hat was gold und ep angeht mehr gold wird mehr items mehr ep gleich mehr level bessere werte das bedeutet wenn er schön viele monster töte dann bekommt ihr mehr gold und daraus resultieren dass man sich mehr als kommen kann bzw bessere items um einen vorteil gegen die den gegner gegenüber zwar mal wenn ihr jetzt die schütze spielt und ihr habt jetzt sechs items voll werden der gegner nur vier hat dann zerstört einfach komplett habt das ist easy dann und dass er mit dem level wenn er 15 seit dritten level 10 ihr zerstört den gegner komplett aber dafür mache ich noch mal extra tutorial weil das dann doch ein bisschen mehr ist was er zu verstehen zu gibt hauptsache man hat jetzt erst mal schon mal gehört so das war es dann für den teil 2 der begriffe ich hoffe es hat euch ein bisschen weiter geholfen und es steht immer noch jedem offen gerne kommentar zu schreiben was denn auch mal gerne wissen möchte und ja wir sagen sie uns zu 2 3 3 3 und bis dahin